Willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Landwirtschaft Simulator 2013 mit einer neuen Session. Die Folge weiß ich gerade nicht auswendig und wir schauen erst mal... Der Tobias ist auch da. Der Tobias hat nämlich gesagt, dass Zeitskalierung mal 5 zu langweilig ist, wenn wir das machen, 15 Mal. Und es ist immer noch im Wachstum hier alles, aber das Feld da oben ist reif, glaube ich. Ich sehe das. Eine Hälfte vom... Oh, Entschuldigung. Eine... Also hier ist reif. Hier eine Hälfte vom Feld ist auch reif. Und was ich zum Tobias Offline gesagt habe, wir könnten mal wieder... Wir haben so viel Gras, äh, wir haben so viel Zeug da drin, dass wir das auch mal wegmachen. Na gut, so viel ist es auch nicht 8000. Aber es ist ja wieder neue Erntezeit. Gehen wir mal hin und schauen. Nochmal beginnt ja jetzt eigentlich erst unsere Arbeit. Aber da müssen wir die Arbeitszeiten ändern, oder? Weil, wenn wir überlegen, 22 Uhr plus 12 Stunden. Ah, nee, wir müssen darüber. Das ist ja noch kein Schreif. Ach stimmt, wir haben ja letztes Mal damit aufgehört. Ja genau, ja, ja, da wurde es ja dann... Da haben wir die Mission bekommen, dann... Ja, 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 ja. Ich bin gerade etwas... Fasziniert. Nein, das ist Ballinteressiert. Also wir haben es so ausgemacht, ich spiele jetzt noch 10 Minuten. Also eigentlich bis zum Cut, bis z.T. dann schon. Und dann später Tobias, die Rest der Session, den Rest der Session zu 5 Minuten. Freut sich der Tobias, boll ist ja richtig geil aus mit dem... mit der Sonne im Hintergrund. Naja, nicht so viel. Wenn ich so umfalle, ich immer... Ist eigentlich normal, also ich finde schon stark, dass der Wirtschaft noch mal bei 30 FPS. 60 sogar bei uns. So sehr rock und holt jetzt auch nicht. Das war natürlich ein bisschen scheiße, dass jetzt genau das, was du zuerst sagst, ist Ruppelt. Ja, das ist natürlich super, das halt nicht immer vorteilhaft, wenn man das Play hat. Nee, ich meine dann Satz, dann den Satz. Ich kann, dass das Feld gerade immer frei wurde gestimmt. Ja. Oh, cool. Ja, und gleich ist das Ding auch wieder voll. Falsche, mal das voraus. Äh, nee, doch. Hab ich wieder viel zu tun. Oder wir eher gesagt. Egal, dass es voll genug. Das wird sich auch dazu beteiligen, oder bist du ruhig? Ich weiß, ich sage, dass man nicht mehr sagen kann. Aber wir müssen auch mal wieder tanken. Ach, für mich steht da. Nein, wenn man überschlägt, hat er, glaube ich, schon 130 gehabt, wenn man das jetzt mal mal dreinimmt, alles. Okay, beim Fahren ruckelt schon ein wenig. Aber es ist auch nur eine Folge, ich meine, eine Folge von 53 ist schon weg, kraftbar. Ansonsten ruckelt immer bei Citibus. Ja, bei Citibus kann man auch noch etwas anderes erwarten. Ja, das stimmt. Ich freue mich schon, da kommt endlich, wo wollen wir die Ballen eigentlich hin tun, in die große Halle? Ja. Sicher, oh mein Gott. Ja, wenn wir die Fahrzeuge, wenn wir die Fahrzeuge in so ein gammeligen Schuppen reintun, und die Ballen, die wir eigentlich sofort verkaufen können, wo kaufen die eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Wollen wir den direkt verkaufen an dem Schuppen da? Ich glaube, da muss man die abgeben. Ja, wo das war immer rausguckt, oder wollen wir die erstmal lagern? Ich denke, ich bin ruhig, ich bin zu lagern, oder weil wenn wir nichts zu tun haben, können wir sie dann immer abgeben. Da wir wenigstens eine Beschäftigung, die zwar langweilig ist, aber trotzdem... Da können wir auch können abgeben, da können wir auch jemals nähen, da können wir auch... Nee, wäre jetzt gar nicht... Ja, ich mähe ihn schon, aber wenn wirklich mal in der... In der Umgebung... Okay, hier wächst sowieso immer krass, aber wenn hier wirklich mal gar nichts ist. Mensch, das ist schon gut. Weil wenn wir zum Beispiel jetzt ganz viel zu tun haben, ich gehe mal davon, dass es meist die EW am 21 Uhr, und dann beginnt es erst, dass wir das machen müssen, ist schon dumm. Ich weiß einfach direkt los. Auch noch nicht. Gut, das war genau perfekt. Na, müssen wir schauen, weil... Nicht mehr, wenn ihr euch nicht zu 80 Prozent sind. Immer genau da, das machen. Wir sind nämlich ziemlich gestresst. Das andere Feld ist ja auch fast fertig. Du kannst erzählen, was du in dieser Folge ein Sport ist. Was wir machen wollten, wenn du möchtest... Das war noch nicht mehr. Ja, ich habe das. Ja, du wirst nur... Die wollten das. Ich hatte die Golden Gate-Tier-Zugauf in der Art. Wir sind nicht mehr erlaubt. Einfach zehn Zahlen. Oder fünf Folgen. Lager, wir haben uns vor drei Folgen. Wir haben uns vor drei Folgen. Kühle gekauft. Das haben wir eben sind. Beschreibung nicht geschrieben. das ist cool und es ist schon zehn Folgen ja scheiße ich schaue zu wenig hier schön auf die Scheiße das ist das erste Mal das ist was er hat es über die Wünsche gelacht hat das ist schon öfter so gewesen ja aber nicht so viel aus und jetzt gelacht ich weiß ich nicht okay ich habe gerade irgendwas gedacht aber ich kann sie sind davon übergefahren und es hat dann Prozent der Mähdrecher dann voll darüber gekackt auf die Karte die Schöne wieder okay du sagst wirklich deswegen denkst nicht an was er hat auf die Kacke gekackt das war jetzt etwas zu viel nee ich habe ich ja gesagt auch geil ein Korn haben sie sind schon der Kacke das ist wohl eklig ich schaue das da waren das liegt jetzt bei der Hälfte das ist jetzt noch ja ich will das ein Ding noch mitnehmen wo zwei Köln und gar nichts es gab da man sich doch es gab okay ich lasse den Mähdrecher einfach da stehen dann wir müssen dann sowieso dann wieder mähen ich würde gespürt wie dann ein Korn rauskommt ich auch wir müssen das nutzen ich halte es hier mal und dann können wir sehen wenn es rausspumt Korn fällt ja sowieso nicht raus ja weil er das war mehr oder mehr ich weiß nicht gut ein bisschen nicht viel aber ein bisschen Arne will sowieso da hinten schon steht Köln Köln die Köln sind noch schnell die Scheiße was sind schon zehn Minuten du kannst jetzt den LKW der als Kornel bei Lieferungen ja und da werde ich noch mit der Ballinteresse schnell was und ich glaube du musst dann wenn ich nicht fertig werde den Rest machen und dahinten ein Feld Prozent ich habe sehen das ist Tobias Spezialität nach der man so genau und ich glaube wir müssen noch ein paar Eier wieder einsammeln haben lange nicht mehr von 6 folgen die leuchtet ja kann sein wenn wir sehen und auch hier zu stehen mein Gedächtnis das sind welche Falle wir gerade sind dürfte 4 5 5 ich weiß nicht was es gerade war was wir da eingeworfen haben ich habe eingeworfen sagt nicht reingekackt vor Ort da kriegt kein Lachanfall ich habe den letzten Fallen kaum Lache benutzt er wandte das Spiel ist ja auch ultra spannend ne ich meine ich meine allgemein du hast wir haben vor lang kein Lachflasch mehr bekommen außer bei Team Speed egal das wirst du nicht oh ja das wirst du aber bald das war richtig episch ne das was ich meine das werden das ist egal ich sag nur hallo er ist so richtig gut Eier haben wir jetzt eigentlich vor Ort mit dem Weg wenn man das man so denkt dass man aber ziemlich wenig wir haben 2 1 1 Schöner wir haben 6 4 Eier wir gehen glaube ich wir haben die glaubt der Fall geführt sich nicht mehr abgegeben darf das stimmt irgendwas nicht machen nicht alle ein Hühner einmal können wir zwei Fußballmannschaften und eine Schiedsrichter in 1 1 1 der von Menschen man die Fügelmannschaft gegen alle 2 und für die Strecke ein er will noch 46 einige Kisten mit Äpfel wurde zur falschen Adresse gesendet haben wir sind das ob zur richtigen Stelle wir haben sechs vierzehn ab da steht drin wird sich jetzt machen er kann ich vermachen weiß nicht man sie mit dem Thema Blatt wird dann ich will machen Kompromiss ich vorhin noch und ein Kölge dreht genau so ja jetzt Prozent was denn kannst du langsamer vielleicht oder eine Minute aber wenn wir eine Minute haben da kann ich ja einstehen müssen auch spielen oder nicht wo ist es ist er eh wieder am Arsch irgendwo natürlich dahinten der Gabel haben wir zurück gesetzt no so schlau ich gehe da ran aber wir haben 46 Eier du sagst man kann zwei Fußbeamenschaften damit machen das sind 22 Spieler das heißt es sind 44 Eier und ein ja aber ein Traum wäre selber noch die Wolle Geld damit verdienen ach so das ist das ist schön dass er sich zu bewegen kann man sich verbrauchen können zwei Eier die so das ist schön dass er sich so biegen kann dann kann man den loswerden ich habe die Leute die die schauen die Spuren einfach von der Hand vom Anfang der Folge bis zum Ende durch den Schaden wie viel Geld wir gemacht haben dann schreiben die in die Folge vor jetzt auch viel Geld gemacht Alter wo die Folge nicht geschaut hat komisch das ist schon da ich habe auch schon so viele geschrieben das war auch schlau das stimmt so du stellst dich an als ob du das erste Mal so ein Spiel spielst so ich war doch ganz normal so wie immer oder nicht doch da war ich alles ist ja hier in der Nähe ich dachte es wird ein ganzes Achtung na doch da hinten ach da ich sehe es schon siehst du es auch na doch jetzt sehe ich es eben habe ich nicht hingeschaut oh da war ein Hubbel so jetzt bin ich hm ich glaube noch reinführen oder ich glaube es noch reinschieben aber nicht länger weil sonst während wir dann wechseln dann ist die Mission eigentlich schon verkackt ne 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 ich fahr noch nicht weiter dann aber auch noch nicht hochheben mach ich ja nicht ich stecke es nur rein ja ja ich habe Penis gesagt Leute nein Kinder hast du nicht gesagt aber das denken die sich darunter vor ist gut jetzt die Zeit jetzt beginnt so jetzt du musst einfach nur nach oben ziehen drücken und nach oben ziehen dann zeig mal deine Künste also so wie war nochmal die Stadt stopp bevor du losfährst nicht zurück das du musst um zum Bahnhof ich sagte den Weg nee wo ist es denn da ach so direkt neben dran was so ja dann so muss man ich habe es nicht gefunden leider am besten ich habe ich weiß nicht wie ich fahren ich habe nicht so als ich selbst abholen können nee vor allem dass du dich auf die Fahrt konzentriest nee das schaffen wir locker wenn du jetzt nicht wieder gegen die Wand knallst das ist genau an der selben Stelle wie letztes Mal du musst jetzt einfach nur noch links rein da du musst nicht mal abstellen du musst nicht mal abstellen Alter das war das haben sie extra so geskriptet oh yeah die alten 3.300 Euro plus 184 Euro Zeitbundes dann fahr zurück oder wir sind einfach zurück nein wir fahren zurück es ist eh nicht weit ist eh nicht weit fahren doch es ist ziemlich schwer doch einfach zurück geht nö so geht es eh so wir wollen einfach zurück was schaffen ja es sind nur zwei Minuten das ist ja nicht mal zurückgesetzt ja ja weil es ist sowieso zurückfahren ne ich fahre jetzt ganz bestimmt nicht na mach noch mach ich halt so darf ich nicht noch mal langspiel du willst nicht fahren ja ne okay ich fahr ähm ihr könnt dem Marcel also der Täter kommt da das erlaub ich euch jetzt ne du hast nämlich gar nichts verscheiden ach so ach so sie schreiben oder nicht ja wenn sie schreiben dann und das aber nicht anspricht dann dazu darf ich schon ne warum da fährst du nämlich auch falsch ach fahr mal hier lang da fahr mal hier lang oh okay so dann nehmen wir gleich die Ballenpresse ja du dann park mal da links ne denk mal ja 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 also habe ich letztes Mal zurückgesetzt weil wir ganz hinten waren und außerdem weil wir die Mission sowieso verkackt haben wenn wir verkacken können wir auch gleich zurücksetzen man sollte echt mal einbringen dass zurücksetzen Geld kostet dafür wäre ich echt voll dafür damit viel realistischer das war aber so stehen haben doch so ausgemacht ja das stehen bleibt nicht schon ja es kann werden ja die Ecke rein wenn sie sich was wenn die beiden müssen wir hoch springen nachrichtig weil er passiert nicht bringe bei hoch bestimmt ein von einem Sprintuch müssen